Ufff! Ja und hallo, meine Nebenfreude und herzlich willkommen zu einer weiteren Bobsie-Let's-Play von Neur-Leben-Holy mit New Super Mario Bros. U! Äh, letztens haben wir ja die dritte Sternmünze verfehlt. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal rein und holen uns diese München. Der kleine Baby-Yoshi, der wartet uns, der macht da halt derweil den Bodyguard, den Türsteher. Der letzter wird es keinen rein. Okay, hier ein schöner Pilz. Ah, übrigens, Livestream am Samstag. Alle, die dabei waren, vielen herzlichen Dank, es hat... Ufff! Nein, das ist schon wieder! Nein, ich finde es immer nicht so gut! Los, los, komm schon! Komm schon, da! Der ist schneller, schneller, und auf! Nein! Toll, Holy, ich spiele so gut! Nein! Ich spiele so gut, dieses Spiel! Oh, Mann, ey! Na egal! Wir probieren uns, diese dritte Sternmünze zu krallen und die... Nein, nicht schon wieder! Ey, das ist... Das ist so gut programmiert! Immer wenn ich da hingehe, dann fallen die runter. Ja, klar! Ja, genau! Toll programmiert! Wieso man da denn ausweichen können? Oh! Okay! Nein, nein, weg ihr Kack-Knochen-Dinger da! So, zack! Komm runter! Diesmal nicht mit mir! Du-du-du-du-du-du-du-du! Oh, die Eislaufschuhe! Könnten wir gut gebrauchen! Du-du-du-du-du-du! Alter, nochmal! Okay! Ja, komm schon, jetzt! Zack! Du-du-du-du-du-du-du-du! Wow! Wow! Ja, genau das meine ich! Wie soll das gehen? Wie soll man da ausweichen können? Das geht doch gar nicht! Na egal! Wir spielen einfach weiter! Okay! Okay, jetzt laufen wir durch! Genau das! Wenn ich jetzt durchlaufen würde, die würden mich treffen! Nee, ich warte drüber vor! Ah, Gott sei Dank! Die fahrende! Okay, wir werden wieder groß! Das ist schon mal sehr gut! Doi-doi-doi-do! Okay, ich versuche jetzt die dritte Sterne nicht zu verfehlen! Und bevor ich hier weiter spiele, äh, ich wollte noch erwähnen wegen Livestream! Vielen Dank an alle, die dabei waren am Samstag! Es war höllischer Spaß! Ah, es hat mir richtig Spaß gemacht! Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Samstag! Das wird wieder total spaßig! Oh! Ich bin tot! Ich bin wieder total spaßig und dann werden wir zerquetscht! Dann lassen wir den Holy nicht ausreden! Verdammt nochmals! Sehr gutes Spiel! Gutes Spiel! Das ist so... Ein tolles Spiel! Oh Mann ey! Dann wieder alles von vorn! Okay! Na gut! Ich hatte einen Jackpoint, das heißt... Okay! Okay! Das ist noch verkraftbar, aber wir sind wieder so kacke klein eben! Oh Mann ey! Ich kann nicht... Ich kann nicht noch mal labern in diesem... Let's Plays! Das geht einfach nicht! Immer dann sterbe ich meistens! Und ich hab dann mehr zu lachen! So! An der guten Stelle hab ich den gekillt! Boah, bin ich gut ey! So! Okay! Weg mit euch! Zack! Dumpdupdupdupdup! Ich brauch ne Eisblume! Ich brauch ne Eisblume! Okay, wenn es da von oben runter tropft, heißt das, dass da oben die... die Würfel sind! Also die Eiszapfen da! Komm, komm, zerquetscht! Bitte, 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 bitte! Komm schon! Ja! Ja! Alles klar! Alles klar! Okay, das ist die zweite Sternmüze! Alles klar! Das heißt, die dritte müsste dann bald kommen! Bobs! Ja! Eisblume, Eisblume! Dupdupdupdupdupdupdupdupdupdupdupdupdupdup! So! Zack! Ddudupdup! Okay, ich riskiere, Leute! Ich riskiere einfach! Ich riskiere! Ja! Ja! Jawohl, Leute! Wir haben die dritte Sternmüze! Ja, meine Intuition hat wieder gewirkt. So, jetzt kann ich weiter labern. Alles klar. Nochmal. Vielen Dank an alle, die beim Livestream dabei waren. Es war riesig spaßig. Freut euch schon nach nächster Woche. Ich streame wieder Open End. Das heißt von 19 Uhr bis 1 Uhr circa. Mal gucken. Oder sogar bis... Naja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Oder wenn noch mehr dabei wären. Wir werden wieder spielen. Teenage Mute Ninja Turtles spielen wir weiter. Wir probieren das Tattoo zu spielen, denn ich hänge in der Dinosaurierwelt. Und natürlich... Wow. Okay. Feuerblume. Ich bleibe bei der Eisblume. Ich mach dich lieber. Hopp, hopp. Ist dir auch was? Secret? Ja, eine Mönche. Die hat sich wieder total ausgeschaltet. Hopp, hopp, hopp. Auf geht's. Den Boom, boom wieder besiegen. Ja, der heißt übrigens Boom, boom, was ich gelesen habe, denke ich mal. Wenn nicht, dann korrigiert mich. Okay. Ja, wir kennen das Ganze schon. Ja, komm schon. Verteil deine Brise. Komm. Okay. Gut. Der Typ ist natürlich keine Herausforderung. Haben wir letztens schon besiegt. Dann machen wir nochmal. Ja, wie gesagt. Teenage Mute. Ninja Turtles wird weiter gespielt. Und ab 22... Oh, oh, oh. Leute, das ist ganz leicht. Holy stuff, oh, holy stuff. Das ist ganz leicht, der Bosch. Ja, endlich mal. Bosch. Ja, und ab 22 Uhr startet dann Amnesia das Horrorspiel, wo ich total leide. Oh mein Gott. Falls ihr übrigens meinen Livestream verpasst habt, ihr könnt es nachschauen auf Twitch. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Könnt ruhig mal vorbeischauen unter den Videos. Speichern. Jo, speichern. Also, falls ihr es nachschauen wollt, falls ihr es verpasst habt, den Stream, schaut mal vorbei. Und ja. Dann würde ich hoffen, ihr seid dann am Sonntag wieder alle dabei und natürlich noch mehr. Und die Musik ist auch immer so schön, wenn ich den Baby-Yoshi trage. Der hat sich über so knuffig, knuffig, knuffig. Okay, kann ich da drauf? Komm, schau. Komm, Baby-Yoshi. Okay, da oben ist nix. Ist klar. Da ist jetzt eine Eisblume, aber... Hm. Jetzt ist die Frage. Wie mache ich die? Hey, wie mache ich den Schlagel kaputt? So, vielleicht? Aha, ich kann, muss ihn niederburnen. Zack. Du-du-du-du-du-du. Können wir auch hier tun, da? Oh, das ist klar. Ah, das ist... Nein! Baby-Yoshi! Baby-Yoshi! Oh, komm! Nein! Baby-Yoshi, komm her! Wow! Boah! Das war knapp. Okay, der kann sich erschessen. Alles ist gut. Okay. Alles im Griff, alles im Griff, meine liebe Freunde. Du-du-du-du-du. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo und um gestalten kann ich höchstens nicht doch machte kaputt wird das mit der musik so das machte joshis an die schützen kleine mundi auf okay ich muss einen geoffen okay er ist es hier die sucht cool er sei der mutter und wir kommen wieder auf ich glaube ich weiß Ja, mach die Blüberbläschen. Ups. Nein. Okay, Moment, ich wirf dich mal kurz weg, Yoshi. Nein, geht nicht. Ah, okay. Okay, ich versteh's. Du-du-du-du. Eine versteckte Plattform. Jo. Komm mit, Yoshi. Jo, 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 jo. Ah, ich liebe Baby-Yoshis. Das ist so süß. Gott sei Dank war das noch die erste Sternmünze. Dieses Level scheint übrigens auch groß zu sein, wie ich merke. Okay, das sieht nach Secret aus. Warte mal gucken. Ja, Secret. Aber leider keine Sternmünze. Was? Yoshi. Yoshi ist doch da? Schochen wir Yoshi mitnehmen? Okay, Baby-Yoshis muss ich hier lassen. Ich nehm den Yoshi mit. Bo-bo-bo-bo. Om-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom. Okay, ich kann, haben wir Flammen. Wow. Ach, der Feuer-Artem, der ist heiß von Yoshi. Dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö. Ups, 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 Ups. Hm? Hm? Übrigens, es kommt ein großes Update für den New Super Mario Bros. EU raus. Ein wirklich großes, das soll, ich glaub, das soll gratis sein, wenn ich mich nicht täusche. Äh, der Luigi wird da mitspielen, denn angeblich soll dieses Jahr das Jahr vom Luigi sein. Hatten wir ja nur erwähnt. Und die bringen ein Patch raus, sprich ein Update für dieses Spiel. Ja, der München, der zweite, okay. Einen noch. Und das wird ein komplett neues Spiel sein, aber ohne Draufzahlung. Also, ich hoffe mal, dass es nicht kosten wird. Hoffe ich mal, hoffe ich zumindest. Auf jeden Fall könnt ihr dann die ganzen Levels mit dem Luigi spielen, aber nicht die gleichen, sondern ganz, ganz andere. Oh, die dritte Stempel. Okay, Leute, wir haben dieses Level beendet. Wir rushen hier durch. Hier gibt es nichts mehr zu entdecken, also durch mit uns. Wir essen und flammen und fallen in den Popo rein. Das muss klappen, das muss klappen, das muss klappen, also ich freue mich schoncus auf den Patch. ähm, mal schauen, ob ich dafür darüber auch ein Let's Play machen will, wäre. Denn da spielt man permanent mit dem Luigi ganz andere Levels. Also ich bin richtig gespannt. Soll laut Nintendo ein wirklich großer Patch werden. Also ja, ich bin schon mal gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, es wird nichts kosten. Hoffe ich, hoffe ich wirklich. Aber normalerweise ist da Nintendo relativ gut unterwegs, was solche Updates betrifft, dass es nicht wirklich was kosten sollte. Hoffe ich mal. Und wenn ja, dann, ja, mal gucken, wie viel es dann kosten wird. So, jetzt ist die Frage, meine lieben Freunde, rauf oder runter? So, ich würde sagen, wir holen uns jetzt das Item und weg. Da, 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 da. Der von, dass der Pinguin trifft. Leider kein Blas. Okay. Okay, wir haben eh genug. Die Bluf, die Feuerblumen, die schmeißen wir weg. Die Sterne sind irgendwie lieber. Ja. Pops, Pops. So, aufgehört. Auf nach oben. Ja. Eis für vielleicht so eine vier. Wagenliftwagnis. Okay, das ist mal ein tolles. Toller Name für ein Level. Und die Justin Bieber und Kanonen. Okay, gute Mischung. In einer Schneewelt, Kanonen und Biba und Koopas. Alles klar. Gutes Spiel. Okay. Ich, ich muss das nicht verstehen, aber ist okay. Tududududu. Äh, ich nehme das einfach. Mir sind irgendwie lieber. Wow. Boah, ich habe vergessen, dass ich ja nicht mehr von Yoshi drauf bin. Pfff. Bleib mit dir. Bleib mit der Luft stehen. Pops. Kann ich hier? Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Nicht mit mir. Kann ich da runter, oder was? Okay, ich habe da mit... Es ist aus. Eine Plattform. Okay. Okay. Secret? Secret. Okay. Nur ein Bieber. Und ich dachte, hier ist die erste Sternmünze versteckt. Aber dieses Rätsel wäre cool gewesen. So ein kleines Mini-Rätsel. Boop, 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 boop. Und der Bütze. Boah, eine erste. Ist aber schnell gegangen. Boah. Nein, ich bin so doof. Ja, steuert ihn auch in mich rein. Tolle Show. Oh, ja. Und da machen wir das auch noch. Sehr schönes Spiel. Und ich komme da jetzt nicht rauf, weil ich bin so klein. Hammer. So. Jetzt. Boah. Ja. Oh, ich bin weg hier. Wow. Wuhu. Jo, tuto. Ja. Okay, wo dann? Du kannst... Ach du mein... Du warst das Graf. Okay, Checkpoint. Wir sind großer. Okay, wir haben nichts mehr zu überfüchten. Die Sternmünze sind gespeichert. Es passiert nichts mehr. Du bist nur eine Art, die liebe Uli. Ich kann nicht schmerzen. What up? Oh mein Gott. Wir haben 89, what ups. Okay, okay. Das nehme ich. Das ist gekauft. Das ist gekauft. Ja. Jupp. Okay. Du! Du! Nein, 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 nein. Okay. Okay, wie mache ich das? Wie mache ich das? Nein, nein. Oder ich wette da unten ist die stelle Münze. Egal. Gibt dir nichts? Müssen weiter. Was? Ach so. Der Delay ist schon vorbei gewesen. schade so okay das sollte kein problem sein oder doch nicht das problem das wird das wird nicht schon mal sein doch ja 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 wir haben die sterbe und drüber und wenn wir das level werkt hat dass die bibel an der marktigkeit jeder hast dich okay das schaffen wir das schaffen wir das schaffen wir ich bin holi ich schaue ich schaue das nicht ich bin holi ich schaue das nicht das geht sich nicht mehr aus oder oder nein um eine millisekunde um eine kleine millisekunde kann ich doch wow wow okay überhaupt nicht brutal nein schießt nach rechts nein schießt er nicht okay du musst dann halten zu nein der war ist so fett dass er so viel gewicht hat dass ich dann nicht drauf gekommen bin schade wir haben ja schon so viel leben nur um sie sind dann macht sich leben leute ist der wahnsinn deutschland speichern die die beiden geht sich noch aus in diesem partner lieben freunde aber wir machen definitiv nicht jetzt das geist auf nein nicht mit mir ok bingo ich ich glaube die nachdeckung dieser bewegte sich nicht er bewegt sich nicht der controller ich drücke und er bewegt sich nicht alles klar gut programmiert spiel war auch aufs ob es und das war schon was haben wir das können wir aber nicht gebrauchen wir haben ja schon genug sterne also von dem her schmeißen wir das wieder weg gebrauchen ist die pinguin eigentlich mag ich bin gut aber in diesem spiel wegschmeißen ja kein stern ich brauche die biba die war sperren ich kann ich so der holi der holi ist mal wieder doof der karte der weiß kennt sich wieder gar nichts aus in diesem spiel denn ich muss das level wenden und es dann öffnet sich der weg aha so ist das halt so ok nächstes level mein lieben freunde in diesem part geht das noch sehr schön aus ok ok untergrundlevel ich hasse wasser und untergrundlevel ich hasse es ich mag es nicht das ist überhaupt nicht meins wobei das hier sieht relativ gemein aus auch mein gott die starken da oben sind nicht meine freunde ok rutschen und stecken bleiben sehr gut guter part guter part guter part von mario von holly ja was ist also dieses spiel kann sich nicht entscheiden entweder ich bekomme eine feuerblume oder eine eisblume und wir rutschen durch die kreisblume und mal gucken ob hier oben secret secret oder die kreisblume ohne stern münze toll ok was ich hätte mir schon erwartet dass sie eine sterninze ist Das sieht ein Secret aus. Komm schon! Ja! 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 Boah, das... das... seht ihr? Das sieht so verdächtig aus. Ich glaube, der Durpe, bevor das da oben runterkommt. Okay. Aber diesmal schaue ich es. Diesmal schafft der Holy das. Diesmal ist der Holy Pro-Man. Ich schaffe das. Ich schaffe das, Leute. Ich schaffe das. Ich bin Pro. Komm schon! Ja! Ja! Und was bekommen wir? One-Up. Ich dachte, wir bekommen einen Waschbär. Aber damit... damit gebe ich mich auch zufrieden. Alles klar. Wo ist die zweite Sterne unter? Gibt's doch nicht. Äh, nee. Ich behalte die Eisblume. Oder? Ja, ich behalte sie. Wops. 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 Wow. Okay. Okay. Ich brauche den Typen da. Ich brauche ihn definitiv. Komm, schieß. Schieß du nochmal? Ja. Und jetzt? Ja! Ja! Es hat geklappt. Ja! Boah. First try, Leute. Äh, okay. Alles klar? Gut. Zweite Sterne. Und wir gehen runter. Boah. Ich wette, wenn ich den gekillt hätte, könnte ich niemals darauf... Nee, das geht sich nie aus mit einem normalen Sprung. Nein. Es geht... Definitiv nicht! Oh Gott! Dieses Level! Meine Güte! Okay. Wir müssen... Secret! Okay. Aber keine Sterne. Wir laufen durch! Du, 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 du. Wops. Oh, tschüss. Mal weiß, war hier kein Secret, oder? Nee, oder? Hier war kein Secret, oder? Ich hoffe nicht, dass ich darauf kann. Lauf, 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 lauf! In die Füße, in die Hände! Nein! Nein! Ich bin doof! Ich bin doof! Ich bin echt doof! Ich hätte doch nur durchrennen müssen! Hatten wir einen Checkpoint? Nee, oder? Es gab keinen Checkpoint, oder? Doch! Doch, es gab einen Checkpoint! Okay. Okay, aber der Checkpoint... Okay, wie machen wir das? Haben wir... Nee. Nee, wir machen einfach so. Das sollte hinhauen. Das sollte schon gehen, irgendwie. Okay, aber dieses Level ist... Wow! Dieses Level ist... Wow! Richtig brutal hier. Okay. Filz! Praktisch, so! Komm runter mit dir. Okay. Zack! Nicht überschüssen, Holy! Nicht überschüssen, Holy! Alles ist gut, alles ist gut! Nicht so schnell! Alles schön, langsam! Nein! Nicht töten, nicht töten, nicht töten! Nein, komm schon, Mario! Du, 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 du! Okay, ein Schuss! Zweifuss! Jetzt! Go! Ja! Wow! Second try! Ja, geht doch! So schlecht spiele ich das Spiel gar nicht, oder? Höhöh! Du, 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 du! Bops, 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 bops! Du, 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 du! Okay. Jetzt fahr ich's nicht. Jetzt schau ich, dass ich das schnell, das schnell durchrasche. Nicht sterben, Holy! N-n-n-nn-nn-nn! Wir gehen hier durch. Bops! Bop, 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 bop! Und laufen! Laufen! Lauf, Holy! Einfach laufen! Los, Mario! Einfach laufen! Einfach durchraschen! Durchraschen! Dann geht das! Rush, 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 rush! Go, 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 go! Stressspunkt! Springen! Jawohl, meine lieben Freude! Stammbüttchern, Stammbüttchern, Dritte Stammbüttchern Ok, wir probieren die Fahne zu holen, so Und los dann die Und... Bäm! Ja! 92 Leben! Wohoho Oh yeah, Mario Time! Also ich wette, dass wieder die Limitierung dabei ist bei 99 Lebens, dass da so ein Stopp drin ist 100%ig Sehr schön Oh man Und da öffnet sich auch der Weg weiter Ok, jetzt, jetzt hole ich Jetzt kannst du nachdaueln, ok, jetzt kann ich da drücken, halt klar So, okay, meine lieben Freunde, das war's von diesem Part von Let's Play New Super Mario Bros. You, äh, was, ja, ein bisschen, ein verlängert, ein kleiner, verlängerter Part. Alles klar, meine lieben Freunde, bis zum nächsten Part, bitte, meine lieben Holy, und den ganzen Pinkus. Und tschaui.